Ab wann verdient man im IB über 250.000 Euro pro Jahr? Es hängt sich natürlich davon ab, bei welcher Firma du arbeitest. Grundsätzlich ist es so, wenn du jetzt bei großen Investmentbanken arbeitest oder bei Boutiquen, wo man die großen Gehälter verdient, kannst du damit rechnen, All-In, sprich Fix und Bonus, dass du so die 250K, ja so Second-Year, Third-Year Associate eigentlich schon schaffen solltest. Das bedeutet so nach vier bis fünf bis sechs Jahren, sagen wir mal nach fünf, sechs Jahren, wenn du quasi den vorgeschriebenen Progress machst, dann kannst du die 250K plus im Jahr verdienen, inklusive Bonus natürlich. Das ist so in etwa, womit du dann rechnen kannst.